Herzlich Willkommen zu neuen Splash in der Folge und ähm ja, wie immer könnt euch ne Waffe wünschen und dieses Mal spiele ich halt in den Kenzer Turbo Blaster. Ich liebe Leute, die auf K sind das in die Besten. Bist du auf K? Nein? Okay, super. Ähm, okay, mal schauen, was ich mit dem hinbekommen. Äh, hat ein ganz interessantes Set, muss ich sagen. Ich hab keine Ahnung, wie die Waffe heißt. Oh, okay, nicht aimen. Das ist jetzt nicht so schlimm scheinbar. Ich mach, solange ich trotzdem irgendwie die Kills mach. Keine Ahnung, kann's mir eigentlich egal sein. So, äh, das ist doch die, weiß nicht, die, wo man so links zum, ach nee, das, ah stimmt, das ist diese Anvisierding ins Kirchens. Das ist gar nicht die Links-Rechts, wie ich, ähm, als erstes dachte. Okay, ich hab keine Ahnung, wie die Bombe gerade heißt, aber das ist diese, ähm, die genauso wie die Spanaketen anvisiert, wenn man sie halt einfach hochwirft. Und, ähm, boah, mein Controller ist mal wieder komplett im Eimer. Ähm, und ja, okay, kann sein, dass, äh, naja, okay, ich, vielleicht kann ich's vielleicht zur nächsten Runde beheben. Weil, uiuiui, ist das eklig. Da, hallo? Okay, perfekt und darted. Kann es sein, dass du, genau, du bist auf jeden Fall tot. Boah, ich trau mich, um dich hier lang zu gehen, weil, was ist, wenn du auf einmal aufhörst, dich zu bewegen? Boah, das ist so, mh, so ein Müll. Perfekt, oder auch nicht? Ey, wieso bewegt er sich jetzt nicht? Der Controller ist so Schrott. Boah, das Trigger hat echt, etwas. So, ich hoffe, jetzt geht's wieder. Ich hab's aber mal da gepustet. Ich, ich hoffe, es geht, weil das kann einfach nicht sein, dass das, boah, das der Controller so ein Müll ist. Ähm, auf jeden Fall hab ich natürlich die Ult, deren Name ich vergessen hab. Oh, der, die Ult, dessen Name ich genannt werd, äh, der, der hat dessen Namen genannt, dessen Namen ich unwerden darf. Alles klar. Ähm, boah, wir sind alle down und irgendwie kann, die können trotzdem eine ganze Zeit zurücksteigen. Ich weiß nicht, woanders liegt, weil, eigentlich sollte das nicht so gut laufen, wenn, ich mein, wir sind alle down und die färben fast gar nichts wieder um. Das ist irgendwie seltsam. Ich mein, gut, okay, die haben, oh, na, boah, ähm, die haben zwei Sniper, aber trotzdem. Ich mein, so schlecht verbinden, Sniper auch nicht ein. Hm, komisch. Okay, und ich entschuldige mich schon mal für diese erste Runde, weil die war definitiv nichts. Komm, ich würde euch gern töten. Äh, natürlich keine Tinte. Please! Oh, ich, glaub ich hier keine Tinte hat. Okay, zumindest habe ich die erste Runde gewonnen, auch wenn die echt etwas Terrible war. Ja, super, erstmal ein englisches Wort reinhauen. Ähm, ja, die Runde war etwas, äh, ja, nicht ganz gut. Ich meine, ich habe noch einen Kills, kann ich das geschafft haben. Ähm, wow. Wie habe ich, ich dachte, ich habe fünf. Okay, ja, gut, aber nächste Runde, ich denke, die wird, ähm, auf jeden Fall besser. Ich hatte neun Kills. Ab in die nächste Runde auf dem Korallenviertel und, ähm, ich komme natürlich mal wieder. Mein bestes übrigens, ähm, gestern kam kein Video raus. Ich weiß nicht, ich, in dieser Zeit kommt auf das mal kein Video raus. Ich meine, ich habe jetzt zwei Wochen Ferien, das heißt, es soll jetzt jeden Tag ein Video rauskommen. Ähm, und, hoffentlich auch auf das mal Stream, ähm, also diese Woche, jetzt das Video kommt ja, ähm, na, fangen wir am Sonntag raus und die Woche direkt danach, ähm, ja, da werden vermutlich freundlich viele Streams kommen und ab in der Woche dann danach, ähm, bin ich weg. Also, ich würde es übergesehen halt einfach in, ähm, ich glaube, genau, wenn dieses Video rauskommt, ähm, sechs Tage später fliege ich weg. Ähm, Alter, einfach am Ende der für mich ersten Ferienwoche. Oh, wow, geil. Äh, was brauche ich hier für was für Mist? Hallo? Ja, ich kann absolut gar nicht aimen, wie ihr seht. Auf jeden Fall, wenn ich weg bin, kommt natürlich keine Streams, aber, äh, hallo, danke. Ähm, Videos und sowas, äh, werde ich vorproduzieren. Da kommt dann auf jeden Fall was, wenn ich weg bin. Das wäre sonst auch etwas blöd, wenn ich da nicht dran denken würde, das vorzuproduzieren, so. Hallo? Oh, keine Zündlich-Liebe ist. Und, wo ist denn ein Storm? Äh, what the fuck? Wie kann ich da nicht treffen? Also, ich hab echt ziemlich viel, meines, meines Aims, genau, eingebüßt in letzter Zeit. Das ist, äh, das geht echt gar nicht mehr. Aber, gut, irgendwie hab ich ja dann trotzdem manchmal noch ein paar Kills. Das wundert mich echt etwas, ähm, ja, mal schauen. Vielleicht wird es die nächste Woche jetzt noch besser, ich geb mein Bestes. Ich mein, eigentlich soll ich mit der Waffe gut Kills machen können, weil, oh Gott, man muss jetzt nicht wirklich viel Skill für die Waffe haben, weil Blaster und so, ihr wisst Bescheid. Oh, danke, das war einfach nur ein, ähm, Lucky Random Kill. Äh, ja, hätte ich etwas früher, zumindest die Episphäre. Ähm, auf jeden Fall, eigentlich kann man mit der Waffe ganz gut ja mit, äh, ganz gut Kills machen, weil es natürlich auch was so, ähm, ja, Flächenschaden macht natürlich. Okay, also wie gesagt, ähm, jetzt die, für mich erste Ferienwoche werden auf jeden Fall ein paar Streams kommen. Och, danke, dass wir in den Jahrhundertwochen bis hier ankommen. Ähm, und die zweite Woche, ja, logischerweise nicht. Aber ich, ähm, hoffe, dass ich es schaffe, nun, Videos vorzuproduzieren, also, ja, ich werde es es schaffen, nun, Videos vorzuproduzieren, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht schaffe ich es nicht. Es ist sogar, Decay weiterzubringen. Mal schauen, wer weiß. Ich verspreche mal nichts, aber vielleicht schaffe ich es, Decay weiterzumachen. Das wäre doch sehr cool. Ähm, könnte, könnte sein, dass ich es schaffe. Hallo? Da? Ich hab gehört, du willst. Ähm, ich hab nur noch zünden sollen. Ähm, ich hab gehört, du willst sterben, wollte ich sagen, aber ist ja nicht wirklich angetroffen. Gut, ähm, Leute, falls ihr überdacht, wieso ich etwas ruhiger bin, das ist gerade vier vorabends. Ähm, ja, weil ich bin dann total böse wieder was von weg, von daher muss ich es jetzt unbedingt noch am Tag davor aufnehmen. Und es ist schon etwas spät. Ähm, und trotzdem, ich bleib bei den neuen Kills. Es wird zumindest, es wird mehr eingefärbtes und immer noch neuen Kills. Ich wundere mich, dass ich noch einen Kills hab. Es ist tatsächlich verwunderlich. Okay, ähm, genau, letzten Part habe ich das Blutfestium ausgewählt. Und dann würde ich sagen, ab in die nächste Runde. So, sind wir im Korallenviertel. Und, ähm, falls es klappt, obwohl, ich glaube, ich lebe es mit Donkey Kong nicht, was mein Plan ist, weil wenn es ja nicht klappt, dann ist es einfach blöd. Also, könnte sein, dass jetzt, ähm, vielleicht dann am Montag oder so schon das erste Donkey Kong Video, also irgendwie Part 14 oder so von Donkey Kong Country Top of the Frees rauskommt. Weil ich der Ewigkeit, ähm, also ich hab's mal rausgebracht, dann hab ich eine Ewigkeit rausgebracht. Dann hab ich wieder ein, ähm, wieder dazu rausgebracht und dann hab ich wieder ewig Pause gemacht. Ich meine, Donkey Kong Country Returns hab ich, ähm, komplett am Stück rausgebracht. Da hab ich kein Jahrhundert Pause gemacht. Also, ich hab halt ein paar Folgen. Ich glaub, ich hab 13 Folgen. 12 oder 13 Folgen von, ähm, okay. Von, ich hab 12 oder 13 Folgen von, ähm, wow. Von, komm. Kannst du bitte sterben, danke. Oder auch nicht. Hallo, ähm, 12 oder 13 Folgen von Donkey Kong Country Top of the Frees rausgebracht. Boah, ich aim echt fürchterlich. Ähm, und dann irgendwie zwei Monate kein Video. Und dann hab ich nochmal, das kann doch nicht sein, da. Ja, ich weiß nicht, zumindest, dass du hinten bist. Auch wenn ich natürlich trotzdem keinen Hit treff. Ähm, genau, hab ich irgendwie... Ja. Danke. Ja. Zauwerte ab. Ähm, hab ich irgendwie 12 oder 13... Boah, muss das sein. Ähm, zwei Monate irgendwie keins rausgebracht. Und... Please, stirb doch endlich. Man, muss das sein. Muss... Boah, und dann kommt jemand von der Seite. Ey, ich hab dem immer zwei Hits gegeben, dem einen. Auf jeden Fall hab ich dann zwei Monate irgendwie irgendwie keinen wieder rausgebracht. Dann, ähm, hab ich wieder eins dazu gebracht. Und jetzt irgendwie schon wieder seit einem Monat keins. Ähm, mal schauen. Und vielleicht ziehst du jetzt die Ferien durch und dann gibt's wieder eine Jahrhundertpause. Oder ich schaff's endlich mal, das zu Ende zu bringen. Ähm, ja. Mal schauen. Mal schauen. Also, die nächsten Tage sollte... Wow, ich kann nicht nennen. Ähm, die nächsten Tage... Wow. Sollte dann... Ah, geil. Ähm, sollte dann, ja, Topic of Fields rauskommen. Mal wieder ein Video zu... Aber mal schauen. Es, ähm, sollte... Ich sag's zumindest schon mal so ein bisschen. Sollte aber nur als zweites Projekt kommen. Ähm, also das halt das Hauptvideo, also Splatoon, Paladin, Smash, keine Ahnung, falls ihr irgendeinen Test zu irgendeinem Spiel wollt. Was ihr mir dann übrigens bald sagen müsstet, ähm, falls ihr irgendeinen Test haben wollt, ob ich mir... Also, kann ich mir dann überlegen, ob ihr das macht. Ja, ich weiß so Zeug wie Monster Hunter kommt, bestimmt irgendwann noch. Ähm, aber auf jeden Fall, wie gesagt, ich mein, die Woche werde ich jetzt ein bisschen vorproduzieren. Und falls ihr irgendwelche Tests oder so haben wollt, dann... Ja, wäre es gut, wenn ich so bald wie möglich sage, damit ich halt rechtzeitig noch vorproduzieren kann. Weil, versteht's, ähm, ja, weil, wenn ich's mir nicht rechtzeitig gesagt, dann kann ich logischerweise nicht mehr, ja, das Video dann noch rausbringen. Ich mein, ich kann's inzwischen irgendwie eineinhalb Wochen später aufnehmen, wenn ich dann weg bin. Aber, ähm, ja, wenn mir zum Beispiel jetzt heute, heute in einer Woche, ähm, sagt, dass ich irgendwie da und da, wie gesagt hab ich jetzt fünf Kills. Ich, ich mein, ich hab gefühlt nicht weniger Kills gemacht als die letzte Runde. Ich weiß nicht, wie ich die letzten Runden immer noch einen Kills geschafft hab. Ähm, ja, naja. Auf jeden Fall, wenn ihr mir halt heute, ähm, in einer Woche dann, ja, sagt, dass ich da und da zum Test machen soll, dann kann ich das erst eine Woche später machen, weil ich halt dann, wie gesagt, eine Woche weg bin. Und von daher, falls ihr irgendwie wolltet irgendeinen Test machen, dann wär's cool, wenn ihr mir das Anfang nächster Woche sagt. Hey, da sind wir auf meiner Lieblingsmap, Mantamaria. Ja, ist auf jeden Fall mein Lieblingsmap, die ist so schön fampo, wie ich auch, ähm, letztens schon mal gesagt hab. Ich weiß nicht, irgendwie, Störwerft und Mantamaria kommt irgendwie immer dran, keine Ahnung, Mantamaria. Äh, das, das Spiel weiß aber, dass ich Map hasse und gibt es mir irgendwie immer deshalb mit Absicht. Das ist so ein Wahnsinn, das ist, boah, schlimm. Okay, ähm, Ziel, ich möchte diesmal zweistellig, also eine Killanzahl, die zweistellig ist. Hab ich mir jetzt spontan gesetzt, das Ziel, ähm, ich hab gehört, da oben ist jemand, genau. Äh, ja, ich hab Damage gemacht und es sollte auch auf mein Konto gehen. Ich mein, ich hab ihn zwar jetzt nicht gefinisht, aber ich hab, ähm, ihm Schaden gemacht. Und deshalb zählt ja zu den Kills dazu, danke, zwei Dark Hits. Oh, wow, dann wurde ich von dem Bruder getötet, das kann natürlich auch passieren. Ähm, ja, äh, ich denke, es ist Zeit für einen Zeitraffer. Die Leute färben irgendwie hinten immer echt gar nicht dahin, das ist Wahnsinn. Hallo? Danke. Es zählt auch wieder zu den Kills dazu, weil ich hab natürlich, dass ich immer Damage gemacht hab. Ähm, jetzt hab ich ihn endlich, endlich mal noch jemanden getötet, nicht nur Damage verursacht, was gleich tausendmal besser ist. Ich explodiere einfach mal hier. Ja, 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 danke. Zumindest nach einem Jahrhundert getroffen. Ich glaub, das wird eher viel eingefärbt als viele Kills. Also das, ja, werden vermutlich jetzt, jetzt vermutlich jetzt nicht so viele Kills. Ich fahr's gut nicht, aber die ganze Zeit. Ähm, aber viel eingefärbt wird's auf jeden Fall. Zumindest sehr wahrscheinlich. Danke, dass du dich hinten versteckst, weil da kann ich dich locker wegtöten. Leute, wo... Ha, na, 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 na. Okay, das war gemein. Äh, wofür hab ich denn die hier? Können irgendwas machen? Ich mein, die können sowieso nichts zum Kriegen. Ja, ich hab's ehrlich gesagt, auch keinen Bock auf nur eins gegen eins gegen dich. Das ist auch nicht so das, was ich mir so wünsch. Ah, okay. Er kam zumindest runter, wenn das nicht die beste Idee von ihm war. Mates? Hallo? Existiert ihr? Hallo? Ich bin nicht allein? Es ist alles grün, aber die ganze Zeit. Was machen die bitte? Ich hab, glaub ich, kein Kill hier mitgemacht. Bin ich... Oh, wow. Ich dachte, ich wär hinter der Ecke. Aber natürlich hat er mich knapp noch erwischt. Ich hab keine eins gegen eins eingesetzt. Schade, ich hab nicht mal tausend eingefärbt. Wie meine Mates haben gar nichts gemacht. Und das ist echt etwas verwunderlich, weil... Ähm... Ja, die sollten zumindest irgendwas hinbekommen. Äh... Auf einmal haben wir einfach alles grün. Hä? Was haben die gemacht? Was haben die gemacht? Wie, so viel schlechter? Ja, okay. Disconnecten einen, der nicht gut war. Ja, gut. Ähm, Zinkel ist tatsächlich. Ich hab's geschafft irgendwie. Und fast aus dem Eingefärbt. Das geht doch. Okay, wir sagen was mit dem Partner. Schönen Tag, macht's gut. Bis jetzt sofort. Bis zum nächsten Mal. Und ja, ciao, ciao.